Es ist dem Feind gelungen, die Fronten-Walker-Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Richtenberg-Malsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Kater, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Mardin! Sie meinen Befehl zu entsetzen! Warum meint sich das eigentlich nicht drum? Der Militär hat mich verlogen! Jäger hat mich verlogen, so lange es ist! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederprechtiger Treue unserer Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Ich setz Feindlinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist unbeherrlich! Die Generalität ist doch der Schmutz des deutschen Fassens! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generalität, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zunge gebracht haben, nur um zu lernen, wenn man Messer und Gabel hält! Daher lang ist das Militär von der Aktion in Lübe hinkert! Das hat mich gegeben nur als festpicken! Widerstand! Ich habe mich gelegt! Ich hätte gut daran getan, um da alle Höroffiziere registrieren zu lassen wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie und doch habe ich allein, allein aus Müssen stellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das mit Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Du und sie, was sie wollen! Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu entsprechen! Jetzt bin ich mit mir! Und ich bere trotzdem! Tschüss!